Meine Eltern sind zum Nies gegangen und haben gesagt, sie wollen ein kleines Haus mit fünf Zimmern. Bilder, Ausschnitte, Elemente, Licht, Farbe, Schatten und das Zeug ist dauernd nur in Bewegung. Ich liebe dieses Haus auch sehr. Ich finde, es ist das schönste Haus der Welt. Das Haus ist ein öffentliches Gut, das ist auch berühmt und wer berühmt ist, der gehört nicht mehr nur sich selbst. Musik 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 Musik